Mami, Junge! Auf geht's, Mann! Achtung! Komplettes Vierersquart gerade rasiert! Hä? Hey, man kann den kaufen, den ich hab? Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Guck dir den an! Was ist das für ein hässlicher Sche... Basti, Alter! Ich muss mir jetzt was überlegen! Ich spiel's nicht! Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr habt gerade gesehen, wie es aussieht, wenn dann Max sich aufregt über seinen neuen Skin. Max ist raus! Max ist raus, das ist super! Also spielen wir heute nur mit Sepp von Pizmin und Apostel. Max ist nicht mehr dabei! Max ist wieder da! Ey, in letzter Zeit... Was ist hier los? Sind wir komplett alleine? Ja. Geile Zeit. So kann man ja auch noch sagen. Geile Zeit. Oh nein! Oh nein! Keine Zerstörung ist kein geiles Zeit. So, das haben wir alles, das haben wir alles. So ist die Leute, wollen sie zu die Vortex gehen? Oder... Gerne. Was? 3, 2, 1... Yeah! I'm flying to the moon! Okay, you're gonna die. Nee, nee, nee. 100% Das klappt. Oh, oh! Nein, sie ist einfach weg! Nooo! Nooo! Oh, hier sind welche! Oh, hier sind welche! Ja, komm zurück, komm zurück, komm zurück! Ich bin mal, ähm... Auf, K. Ja, Rewi, Rewi! Oh, Bro! I don't... Okay, let's go. Was für Mami egal. Ja, ja. Oh, Rewi, ciao! Jungs, komm mit! Was? Ja, okay. Okay, okay. Haben wir so viel Racken? Yeah! Fly, my children! Fly! Ähm, mein Spiel lädt. Ja, Kessel mag ich damit schon mal raus. Was? Lecker! Ja, ciao! Es gab ein Problem! Ich wurde woanders eingeloggt! Was? Was? Ja! Da wurde sein Account gescammed. Oh nein! Das kommt davon, wenn man sich auf einer Free V-Bug-Seite einloggt. Selber Schuld! Selber Schuld, Alter! Erst mal Account weggescammed! Oh nein! I see one guy, two guys straight south. Three people coming from the rift from the east. They're coming to us? I'm flying! Oh wow! One of them is very low. Mhm, I hit one of them. I'm down. I'm coming, Max! I'm coming! No! He's gonna finish me. Oh my god! He's trying to... Yes! 4 HP, 4 HP, 2 HP! And I'm down! I'm down! I'm down! I'm down! I'm down! I'm down! Oh, kaputt aus ist einer! Nee! Ah, hinter! Ah! Nein! One ass! Du stinkt! Oh, draußen! Da! Rechts! Mach ihn! Revy! I'm in Haus! Oh, hinter uns! Hinter uns! Ich kam raus! Ja, der kann nix. Nice! Revy, hell! Erstmal rechts! Nice, tot! Auf dem Berg! Ich nehme den. Ich glaube, ich ziehe jetzt meine Glocke an. Ich habe von Freddy so eine Fetisch-Glocke bekommen, die man sich um den Hals macht. Und die bimmelt immer. Dann weiß man auch, wo du bist. Das ist eigentlich ein gutes Ding. Jaja, die habe ich eigentlich für meinen Cut, aber für Thomas. Der läuft immer weg. So, jetzt habe ich mein Fetisch-Flexchen um den Hals und jetzt wird gewonnen. Okay, alle kaputt aus jetzt, Jungs. Hinter, hinter, Max! Fuck! Nice! Lass aufs Dach pushen. Der ist in den Eingang reingelaufen. Entrance. Kein Leben mehr. Nice, nice, nice. Nein! Oh! From where? Kleiner Haus. Kleiner Haus. Ich will, ich will! Nein, ich habe Eis! On my feet! Eis, Eis, baby. Ich komme nicht die Rampe hoch. Wie macht man das Eis weg? Einer fällt runter. Ehm, Revy, Achtung. Cover! Der Junge ist los. Ich bin so low. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Einer ist super low, einer ist super low! Nein, 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 nein! Ruf, ruf, ruf! Coming! Halt den Mark! Liefer! Nein! Ja, komm! Hört ihr mein Glöckchen? Ja, finde ich geil. Das geile ist halt, das schnürt mir ein bisschen die Luft ab, diese Kette. Und je weniger Luft ich für mein Gehirn habe, umso besser. Baby, umso besser. Oh, ich bin ohnmächtig geworden. Ah, verstehe. Das sollt' ich, ne? Das ist los bei mir. Oh, Mann. Er wird mich finishen der Weg, der Skull Trooper. Ja, f*** deine Mutter, Alter. Guck dir den Wichser an, Alter. Was für ein Hütter-Sohn. Spannend. Spandau? Ganz ehrlich, Spandau, let's go. Jungs, wir müssen jetzt einfach mal hier die Etikette brechen. Es kann nicht sein, dass wir ein Zolltee immer auf die Backen bekommen. Ein Team hier. Ja, aber die landen so langsam, Digga. Komm mal, Max. Philipp, hier, kleiner. Kleiner, Philipp. Nein, 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 ich muss mich helfen, Max. Tot. Oh, Mann. War es der letzte? War es der letzte? Das war der erste, ja. Einer auf der Straße. Ja. Disco, Disco, Party, Party. Da ist gerade Disco reingelaufen. Rewee, bitte stehen nicht. Neben Slice-Skunden, danke. Da haben wir die Shockwave-Train-Aid. Da kriegt man keinen Sturzschaden, oder? Ja. Hier, einer bei mir, Klaus. Ja, ich schieße. Trappe, trappe. Hab beide. Schönen, Rewee, danke. Oh, Medi brauche ich nicht, aber ich habe noch Schildes. Wenn noch jemand ein Schild hat, das wäre geil. Oh. Aber sonst, ey, gib den erstmal an, dann ich habe 100 HP. Alles gut. Spannender, da steppt der Bär, oder? Ich habe echt nur billig, Mats, ich habe gar nichts, Alter. Muss auf jeden Fall mal. Ja, Bro, aber es gab nichts anderes mehr. Ich musste direkt kämpfen. Oh. Bro. Hi, Philipp. Stop stealing my wood, please. Philipp, oh yeah. Oh yeah, Bray. Philipp, no, please, I don't... I don't have an SMG. Motor? Let's go motor. Oh, der eigene von hinten? Was? Den Leben? Äh, was? Er kommt von Spandau. What? Ja. Auf die Haus, auf die Mainhaus. Oh ja. Hinter dir. Hat einen Fatten-Hit von mir bekommen? Er ist unten. Einfach. Ist da unten? Nice. Ich habe auch nochmal drei kleine, wenn jemand, äh, vier kleine sogar, wenn jemand gleich noch brauchen sollte. Und ich muss unheimlich pissen, das ist sehr unangenehm. Aber es macht doch einen geilen Druck irgendwie. Also, ja, ja, die Runde muss dann noch schneller vorbei sein, ne? Ja, richtig. Das heilt dich an. Thanks, Gegner, im, äh, die, äh, tilted of Towers. Ja, zwei Leute. Zwei Leute, zwei Leute. Äh, Revy, lass Zugriff momentan. Oh, hier kommt noch welche bei mir. Halle. Bist du safe, Max? Hast du gemacht, Revy? Bei mir, Klaus. Ja, bei dir. Hab ihn einmal gehitet. Hab ihn auch einmal gehitet? Nice, Digga. Sehr schön. Ich war das nicht. Ich hab nur Damage bei ihm gemacht, aber irgendwer anders war schneller. Max und Revy, ich hab mal einen blauen Revy hier. Ich nehm, ich hab einen großen, alles gut. Also, mir geht's. Oh, oh, oh. Er ist so low. Ah, hinten, hinten, ähm, in, ähm, am Loot Lake. Oh, afterback. Oh, lecker. Max, angreif. Und von Loot Lake, von Loot Lake. Die größte Barm neben. Habe ihn, gehittet. 150 Damage, Junge. Ich mach den Baum weg, Achtung, 3, 2, 1. Brrrrsch, Leute, was geht's? Ah, im Loot Lake. Ja. Hab ihn. Oh, nice, Digga. Max ist on Feuer. Geiler Kill. Der hat da, der hat da geguckt, und dann hab ich ihm halt, ich hab einen reingegeben. Äh, enden die da. Hinten. Why does people say hint, and when they're too proud of us? Ah. Yeah, it's a German saying also for right there. Anyone has healing? Äh, hier bei mir. Ich hab ihn gehitet, 110, 110 hat er hit, kommt von mir. Another one, 330. Ich hab ihn geholfen, ich hab ihn geholfen, ich hab ihn geholfen, ich hab ihn geholfen. What? Der andere ist unten. Gegner weh. Gegner vor mir. Hilfe, Revy. Oder ich stehe. Nein, Bruder. Wo ist er das Jump-Hit? Äh, im Platz am Park. Oh. Alter. Meiner war so close der Hit. Ja, mir auch. Drei Leute auf dem Blauhaus. Alles Leute, alles Leute. Auf dem Blauhaus. Das ist die letzte Gegend. Die pushen mich. Breaking. Broken. Broken. Hab ihn. Oh. Still alive. Ja. Komm von hinten. Wer ist denn? Einer push mich, vorsichtig. Hab ihn. Zwei Leute bei mir. Noch einer. Hit. Nice. Haben wir. Einer down. Nice. Das ist aber noch einer gewesen, meine ich. Ich bin so low. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Habt ihr, habt ihr, habt ihr. Da oben drauf bei Max. Komm schon, Jungs. Habt ihr, habt ihr. Ja, Mann, Digga. Ja. Sehr schön. Wir haben ein Game gewonnen. Sehr schön. Vier leider nur. Sieben. Null. Ja. Wir beide haben sieben. Geil. Ihr seid so geil, ihr beiden Schnittchen. Geil. Guys, that was the first round we didn't drop salty. And guess what I can. Spandauer side love. Spandauer boom jetzt. Spandauer boom jetzt. Kann doch jetzt nicht mein komplettes Kanalkonzept umwerfen. Er kommt runter. Revy hier. Wo? Oh, er hat mich. Er hat mich. Hat reingelackt. Nein. Nein. Kannst du mich hochholen? Hier ist aber noch jemand bei mir. Revy, wo du herkommst? Wo du herkommst? Ihr macht das, Jungs. Entspannt. Entspannt. Revy, mach safe. Mach dich. Ich mach Hilfe. Ich mach Hilfe. Ich mach Hilfe hier. Ich bin so low. Er ist oben. On the street. Between club and the street. Ich bin low. Er ist super low. Er ist super low. Er ist super low. Mehr Leute nördlich. Neben. Zwei mehr Leute von tunnel. Zwei mehr Leute von tunnel. Zwei mehr Leute von tunnel, guys. Ich schieße die Basis. Nein. Hinter. Oh, hinter. Beide down. Nice. Das war gut, Jungs. Hint. Hier. Leuf. Ne. Justine. Oh. Kacke. Hey, drunter. Und zu mehr. Sehr schön, Jungs. Weiter so. Sehr gut, Jungs. So läuft der Hase. Philipp, 13 Kills. Ja, mashallah. Na, komm. Woh-la. Was ist mit dem Jungen? Moin, moin. Gegner auf der Bank, nicht östlich. Oh, ich habe einen Zugriff. Einer von denen noch oben bei O. Ja, eine Sekunde, ich gehe pinke. Jetzt, ich gehe hineingreifen. Lass los, Ludwig, lass los. Oh, kacke. Einer kommt links. Warum machst du das? Einer hat Hit bekommen, 68er. Max, der hier vorne hat einen Hit bekommen. Ich denke, ich habe gekackt. Ich bin auch down. Oh, okay. Nein. Gut. Geile Zeit auf jeden Fall. Hat trotzdem Spaß gemacht. Es reicht auf jeden Fall jetzt an der Aufnahme. Es reicht. Auf Wiedersehen. Guten Abend, du Spaß. Bye, bye, bye.